oi 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 der war nicht gut der oi 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 aber schlechte nachrichten es gibt auch kein knie krachser mehr knachser jetzt mitternacht ja ok will am tag herumlaufen ich möchte das bürg nacht mensch geben sollen alles cool ist cool oi 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 alles klar jericho warum stehen wir hier rum wenn es überall jede menge action gibt jeder reaktion will haben stürzen wir uns in die action ja und siegesgewehr siegesgewehr natürlich was sonst ob du das gesehen krass hast du das gesehen jericho das gesehen jede menge action hat gegeben nur für mich ich dachte mir das können noch nicht alles meine granaten gewesen sein schaden ist nicht der gescheiteste super mutant habe ich die erste echt verfehlt wird mir doch nichts ins gesicht schießen oder nein wird er nicht warum ist der snapper so gut gefährlich 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 verdammt das ist 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 Ah, manchmal nicht anscheinend. Wollen Sie mich verarschen? Ich werde dir den Arsch aufreißen. Krass. Krass. Killt sie alle! Oh. Was so toll ist das für eine Party? Das ist ein Snapper. Ein Dunk, gut. Okay. Ich darf auf mich zu schießen, mir Idioten. Okay. Oh. Okay. Meine Damen und Herren, die erste Todeskalle, falls tot, was zum Teufel war das gewesen, ok, nicht verlassen, gut, gut, ich werde sie so richtig schön fertig machen, wie ich das vermisst habe, genau, immer schön weiter, ich habe schon Jericho, kannst das, ja, ja, mach es weg, gute Arbeit, gute Arbeit, jede Menge Action, jede Menge Action, ja, jede Menge Action, Fluffy, Fluffy getötete Schweine, wie heißt die andere, Jitters, oh, Fluffy und Jitters sind tot, hier, drüben, wollen Sie mich verarschen? Ich habe ihn her, sie sind tot, ich habe ihn nicht verarschen, ich habe ihn verarschen, dass ich geügt, Ich brauche die Leute, ich brauche das Geld auf Schulden bei Moira. Oh, Jericho weg vom Auto, Jericho, Jericho. Wer ist wohl besser entdeckebt? Wer ist wohl besser entdeckgeblieben? Mann, hab ich nicht vertiert. Oh, verblicksalische... Wo kommst du hin? Wo ist denn eine Stunde mehr her? Reda. Und die brennt verrückt herum. Uh. Er wollte grad nicht killen. Er rennt so rum, als würde er das wollen. Oh. Vergesst nicht Draco, wenn er die Power Rüstung gegeben hat. Haha, wie ich das vermisst habe. Beruhig dich, beruhig dich bitte. Was ist das? Uh. Oh. Nein. Das war nutzlos. Okay. Okay. Oh. 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 Sehr cool Missed Ich mache mir verdammt viel Charme Oh 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 Zeit für Drogen Oh Maddox Psycho Wo ist jetzt? Das freut mich nicht Arme haben wir schon da um Das Car So wie Car Mach du dich am meisten Ach komm Oh komm Hey Tompe Birke Oh hier ist der Vampir Er will mich Ein bisschen verkrüppeln Jerry Co. ist da ziemlich auf sich alleine gestellt Muss Chirico helfen Nein Mörder Feuerwitz Oh Okay Du hast ihn umgebracht Wo ist Chirico jetzt? Hier Wo ist Chirico jetzt? Hier Ah Den Kopf einfach Oh 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 Ich wurde getroffen Ich wurde getroffen Oh 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 Troubleshooting Chirico Oh 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 Was ist Robert? Hatte meine überlebt Hab ich dich? Oh 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 Herr Hör auf mir Ich habe ihr Leben verloren Ich sehe nichts Ich sehe nichts Oh Ich kann es kaum erwarten die Verbenen zu sehen Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Alter, chill, chill. Er rennt mit dem Schloss. Mit dir ist es jetzt aus. Was hat der denn für ein Garten? Das ist mein Minigian. Das ist die Elektrominigian, oder? Das ist ein Schützer bei mir. Gutes Teamwerk. Gutes Teamwerk. Gutes Teamwerk. Oh, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Er wüscht mich gar nicht. Ich hab so was von den Logo-Land gerade ausgenutzt. Ach du. Der Teeflieger hat im Endeffekt mehr Schaden gemacht als der Super-Modant. Wo hat es mich jetzt in den Karton geschossen? End das Ding. Da das Ding. Ich versuche Teefel und zweite Mal von charmingen, Wenn dann was ich nachvollziehen steam. Ello, meine Schätze. Also mal gut, also mal, Arsch aufreißen. Oh. Oh, er hat mir wirklich alles gegeben. Alter. Alter, deine Kleidung, Alter, hat er jetzt zu behalten können? Oh. Das Slow-Mo ist so geil in diesem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, wann man andere spielen, die das nicht haben? Oh, ich... Framin, okay. Framin ist gratis Framin. Wenn ich nicht von der Blähflüge sterbe. Wir werden uns alle bald wiedersehen. Ja, natürlich werden wir das. Natürlich werden wir das. Ich kann denen nur sagen, wiedersehen. Das ist ja meine Loot. Verdammt. Oh. Was tue ich? Ich habe hier Jericho dabei. Wo ist er denn? Ja. Was denn? Ich weiß, dass es keine Minen gibt. Keine Minen braucht das Spiel. Warten Sie, Sie gehören ja gar nicht zu denen. Ich hätte sie fast über den Haufen geschossen. Kommt. Wirklich, Clover. Wirklich jetzt. Oh. Was kann ich für dich tun? Ich bin für alles offen. Aha. Natürlich bist du für alles offen. Weckst ein Auto drin. Oh Gott. Was auch immer Schätzchen. Ja. Ja. 32. Da. Da deine Rüstung wieder. Du darfst dir alles nehmen, was du willst, Schatz. Auf einer Toilette spielen zu wollen. Gary. 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 Ob der soviel Leben und der andere wirklich ein Sneak hit? Vielleicht zeigt es das schon ein bisschen pervers, wie viele Frauen kriegt der überhaupt. Zwei. Greift das mich jetzt an, das Ding? Oh, da geht auf mich. Gerade rechtzeitig gewadzt. Schlag zu. Das war mein Kill, okay? Schau mich nichts an. Eindeutig meiner. Was du mir nur angeschaut? Ich habe alles Damage gemacht. Alles Damage. Ich habe mir Fisto reparieren lassen. Du hast eine Power Force, du brauchst nicht zutreten. Oh, klar. Ich habe euch nicht gerechnet. Ich würde gerne Quick-Safe, aber es hilft ja eh nicht. Beichern gibt es ja nicht. Die erste Mine. Die erste Mine. Dieser Pulver verschossen! Oh, okay. Oh, okay. Pulver, Pulver, wir sehen uns in einer Minute. Das sagt Nein. Ui, 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 ui. Zurück in Fallout. Und irgendwie klitscht alles. Ich war früher ein bisschen verhandeln bei Traders. Und die sind herumgeklitscht. Und dieser Robot twirkt hier rum. Der hat richtige Elex-Vibes. Dieser Robot. Und da sind die Leichen auch immer ein bisschen rumgetanzt. Au. Ah, Mist unter den Tisch rein. Da ist da was Interessantes unter dem Tisch drinnen, kleiner Robot. Ah, wo ist meine Power-Faust? Ich glaube, er braucht nur ein Spanking. Nein? Hey, hey, Jerry, kannst du mal kurz den Raum verlassen? Ich denke, ein bisschen privat zu führen. Ah. Ja. Wir kommen zu Fallout 3, wir kommen zurück. Wir suchen den Mechanisten, Mechaniker. Wie heißt der Typ? Mechanisten. Der Bart, komischer Roboter. Für persönliche Ansprüche anscheinend auch. Der ist gut, denn? Wie heißt der? Das ist gut, wie das? Oh, danke für das Vorrat. Ja, das ist wirklich gefährlich. Ja, das ist wirklich gefährlich. Ich habe ihn gewackelt mit das Geschütz, mit DAS Geschütz. Oh, jetzt zieht er uns. Oh, das ist wirklich gefährlich. Oh, das ist wirklich gefährlich. Oh, ich bin eh noch getobt. Ich bin eh noch getobt. Oh, das ist wirklich gefährlich. Oh, das ist wirklich gefährlich. Oh, das ist wirklich gefährlich. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh. Oh, das ist noch einer gekommen. Natürlich, der frisst Minigun. Er hat bemoved. Oh, das ist nicht die. Sorry, man. Ah, sie hat den Bodenkopf. Ach, da war das trocken. Uh, Stealthboy. Vielleicht auch jemand mit dem Stealthboy erwischt, Mädel. Oh, Gott. Ah, ganz sichtbar immer angekommen. Pfeiler, recht hoch. Ach, sie sind beide so süß. Wie viel Glück muss ein Mädchen wie ich in dieser verdrehten Welt haben, um zwei solche Kerle zu finden? Jetzt haben sie es geschafft, mich zum Weinen zu bringen. Wie hast du mich gerade genannt? Ja. Besser er als ich. Das ist eine Sie. Das ist eine Sie. Oh, dieser Lacher. Dieser Lacher. Das ist ein nosotros. Hmm. Okay, den Rücken. Du wirst es nicht sehen. oh 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 das brauche ich genau noch nur zur sicherheit obwohl das wahrscheinlich auch nicht helfen wird leben ach du verfehlst mir ich glaube clover ist tot Verdammt, 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 verdammt. Okay, das ist gar nicht cool, das ist gar nicht cool. Ohhhh. Ohhhh. Oh, hab ich Minen. Einfach Minen legen. Lange nicht auf Jericho geht. Warum hab ich was gesagt? Warum hab ich was gesagt? Hmmmm. Muss ich noch. Jetzt da. Fische. Geil. Deine Eifersi. Das ist auch schon nicht sicher. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge hatten wir schwere Verluste zu beklagen. Dogmeat 2, unser Mädel Clover, wurde von einem supermuntanten Behemel verschlagen. Wir sind jetzt wieder nur ich und Jericho, alleine, wir zwei, nur noch zu zweit unterwegs. Ruhe und Frieden Clover, wir haben nicht mal das Halsband hier runternehmen können, weil du da unten irgendwie blöd Tränen liegst. Tut mir leid, tut mir leid Mädel. Jericho, ich muss dir was sagen. Ja, was denn? Ohne dich, ohne dich könnte ich das nicht zu Ende bringen. Du und ich, wir werden das durchgehen, wir beide. Okay, stürzen wir uns in die Action. Ja, stürzen wir uns in die Action. Ich kann schon deine Sätze vollenden, Jericho. Ich hab was gefunden, ein... Ach, egal. Warte am Arsch. Wohin ist die Laune, krass. So dramatisch. Okay, raus mit euch. Wir haben meine Sklaven verloren, wir befreien weitere. Zu viel. Eine Todeskroll, zu viel, ist eine zu viel. Gibt's hin. Was ist hier los? Ich dachte, ich hätte es mit richtig harten Kernen zu tun. Ich weiß, Alter. Wir hätten Todeskrollen. Ja, da geht's gar nicht mehr. Todeskrollen. Was ist hier los Gerich, ist mir zettet. Das ist gut. Luca Cola Granate, Luca Cola Granate. Ja, ich sehe sie und sie hat mich glaube ich schon gesehen. Was ist denn los? Ich dachte, ich hätte es mitreden. Mann! Was? Hm. Komm, Anfallung. Hm, sie fällt nicht um. Ich fahr nicht um. Ich bin in ziemlich schlechter Lage gerade. Ja. Ja. Ah, das ist schon wieder ein Blade Runner. Ah, hier ist er. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ich hatte mit einer Snapper close quarters im Todeskrankengebiet. Oh. 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 Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das war's mit den Kanaten. Hm. Hm. Das wirklich ver... Vermisst. Das ist ja gleich mal. Das ist ja gleich mal. Da drüben ist schon die nächste. Oh. Oh. Das ist schon fruchtanflößend. Nein. 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 Weg von meinem Jericho. Wo ist Rusty? Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Moment. Hmm, gefällt mir nicht. Nicht cool, nicht cool, nicht cool, macht das Ding weg. Soh, wie ich jetzt zum Beispiel ein Klasse. Soh, wie ich jetzt hier bin. Soh, wie ich jetzt hier bin, das ist. Ich habe mich gerade über die Klasse, die wir im Klavier haben. Soh, wie ich jetzt hier bin. Soh, wie ich jetzt hier bin. Soh, wie ich jetzt hier bin. Who do we have here? Neighborhood Watch, Rifter. Oh boy. Okay. Sorry, Charity. No, please don't. I'm sorry, mate. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't want to. Are we cool, Charity? Are we cool? I deserve that. For letting you die in my Fallout 3 permodef run in my German one. I admit it. I deserve that. I'm sorry. Can we talk? No, we can have dog. Jericho. Yeah. Ja, ich brauche das gute Karma. Sie haben mir schon so viel gehofft. Ich mach dir die Entscheidung ein bisschen leichter. Ich mach mich aus dem... Da steht ja jemand. Da steht ja jemand oben. Ups. Tschüss. To der Waffenbrüder. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ah, verdammt. Guter Mann. Guter Mann. Okay. Guter Granaten wie die zwei. Schon wieder da. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Sie und ihresgleichen scheinen wild entschlossen, alles zu zerstören, was unsere Regierung erreicht hat. Es gibt nichts, was mich diesmal davon abhält, sie zu töten. Machen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Da haben sie sich leider etwas übernommen. Ja, genau. Sie haben diesen Weg selbst gewählt. Bestellen Sie Ihrem Vater schöne Grüße von mir. Ach, mach das selber. Oh. 95. Machen wir zweimal. Hey, was ist los? Kannst du keinen... Schaut's mit meinem Leben aus. Gut, gut. Wird noch ein bisschen Drogen nachholen. Psycho. Maddox. Jet. Buffard. Alles rein. Da ist der Körnerl. Ob, da war der Körnerl. Ich seh nur Feuer. Nur Feuer und Flamme. Oh. Alles klar, Baby. Sehr cool. Oh, Gatling Laser. Den habe ich gar nicht benutzt. Hm. Wollte eigentlich mehr Gatling Laser benutzen. Und wieso, Bro? Na, warum nicht? Lass dich nackt zurück. Shit, dir recht. Aller Because." did god. 1 1 0 Fantasy 2 8 felic 21 invejen 20 20 29 19